Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Samstag-Stream. Mein Name ist der Ed, für die Leute, die mich nicht kennen mögen. Und ja, wir spielen heute wieder Command & Conquer, Tiberium Wars. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es heute durch. Ähm, auch heute auf Seiten der Squin, die nehmen wir uns heute vor. Wir haben beim letzten Mal die Squin freigeschaltet, indem wir die Not-Kampagne durchgespielt hatten. Und ja, jetzt haben wir die Squin. Ähm, das ging ja beim ersten Versuch letztes Mal ja nicht so gut aus. Die haben uns ja da gleich in der ersten Mission fertig gemacht. Und das war schon ziemlich heftig. Und deswegen versuchen wir es heute natürlich nochmal. Heute frisch wieder, ähm, ausgeschlafen, etc. pp. Und ich würde mal sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern gehen sofort rein in die Kampagne. Und ja, irgendwie sieht das Bild gerade so ein bisschen komisch aus. Sieht ein bisschen unscharf aus, habe ich das Gefühl. Oder ich habe was an der Pupille, keine Ahnung. Irgendwie sieht es ein bisschen unscharf aus. Zumindest auf mein OBS. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Na ja, wir werden sehen. Okay, wir starten die Skin-Kampagne. Auf geht's. Ja, ja, das ist klar. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Willkommen, Großmeister. I-Core-LQ-Detonation auf Planeten geortet. Initialisiere Ernte-Routine. Kurswechsel abgeschlossen. Nähern uns Planeten. Startsequenz verläuft planmäßig. Taktische Analyse. Indigene Population hochgradig instabil. All-Core-LQ-Detonation deutet auf eminente Selbstzerstörung hin. Primäre I-Core-Konzentrationen identifiziert. Koordinaten erfasst. Landesequenz wird initialisiert. Alle Transporter gestartet und im Landeanflug. Unerwartete feinstellige Reaktion. Transporter unter Energiewaffenbeschuss. Treffer sind wahrscheinlich. Defensiv-Dispersion initialisiert. Transporter leicht beschädigt. Alle Sammlereinheiten intakt. Setzen Ziel am Flug fort. Landung. Erscheint voreilig. Initialisiere Oberflächenscans. Indigene Population ist laut unserer Analyse gefährlich lebensfähig. Wir sollten abbrechen, Großmeister. Die Mission wird nicht abgebrochen. Es gibt keinen Präzedenzfall für indigenen Widerstand nach einer I-Core-LQ-Detonation. Der Overlord wird fasziniert sein. Erntevorgang wie geplant fortsetzen. Supervisor, melde Bedenken an. Die Ordnation wurde als Defensiv-Einsatz ratifiziert. Einheiten sind für länger andauernde Kampfeinsätze nicht geeignet. Besser organisieren wir sie. Lenken wir die indigenen Truppen während des Bauens von den Relais-Knoten ab. Einwand abgelehnt. Plan akzeptiert. Informiere alle Einheiten über neue Zielsetzungen. Ablenkungsmanöver in Ballungsräumen werden eingeleitet. Ja, interessantes Intro. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass man im Hintergrund teilweise Cain hört und so weiter. Wird die echt cool gemacht. Also, lenken sie den Feind von unseren Brückenköpfen ab, indem sie mehrere Ballungszentren der indigenen Population attackieren. London ist das Ziel. Wir machen es auf leicht, weil das alles andere ist ein bisschen zu heavy für mich momentan. Missionsspiel. So, Großmeister. Wir unterstellen ihnen eine kleine Armee für einen Angriff auf das größte indigene Ballungszentrum auf der Insel in der Nähe von Kontinent 3. Wir werden zeitgleich weitere Ballungszentren attackieren. Ziel der Operation ist die Ablenkung der indigenen Population vom Bau der Brückenköpfe und die Unterbindung weiterer Interventionen. Analysieren sie das Defensiv- und Offensivpotenzial des Feindes. Vernichten sie sämtliche Lebenswurmen, auf die sie stoßen. So, wir wissen mal vom letzten Mal, es ist nicht ganz easy. Und ich bin gespannt, ob es heute besser hinklingt. So. Seht nur, wie groß diese Dinger sind. Verdammt, das ist eine Invasion. Oh nein, schau die Kinder. Schnell, schnell. Verwüsten sie diese indigene Region, um dadurch eine Reaktion zu provozieren und ihr Defensivpotenzial zu analysieren. Na klar, das machen wir auch. Kein Problem. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Desintegrität... Bäh, die... Bäh, bäh, bäh. So, eins. Zwei. So, ihr Zweier geht mal... Macht mal das kaputt. Die Einser machten das kaputt. Teilen uns gleich mal ein bisschen auf. So, zwei. Eins. Ran. Aber gleich, wir sollen ja erstmal 15 Gebäude vernichten. Das ist ja alles kein Problem. So weit, so gut. Räumen wir erstmal ein bisschen auf. Oh, oh. Machen wir kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Zwei. Zwei zurück. Eins. Zentrale, bitte kommen. Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole, wir haben Alien-Kontakt. Erbitten. Nix, erbitten. Schon schlecht. Das war, ähm... Fahrtliche Einheiten gesichtet. Kommen wir zurück. Die Zwei holen wir schon mal zurück. Die Eins, da kommen wir den Nächsten. Einheit wird angegriffen. Leute, macht die weg, ihr. Ran, 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 ran. Ich will die nicht verlieren. Deswegen schießen, äh, ziehen wir alle schon mal zurück. Was angeschlagen ist. So, 15 müssen wir wegmachen. Noch vier Gebäude. Kriegen wir hin. Und dann geht der Affentanz los. Okay, macht mal das hier weg. Zwei Gebäude noch. Damit wir da ran können. So, dann nehmen wir das hier noch weg. Okay, und jetzt das noch. Und dann geht's schon los. Okay, Rückzug gleich. Rückzug. Erstmal. Schlachtfeld erweitert. Schlachtfeld erweitert. Gut. Jaja, okay. Komm. Sobald du dich hinsetzen kannst, machen wir das. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange Nachricht. Reaktion provoziert. Vernichten Sie alle feindlichen Einheiten, die Ihnen begegnen, und auch all Ihre Produktionsstätten. Na klar. Ein Drohnenschiff baut bereits einen für diese offensive erforderlichen Stützpunkt. Geheimdienstdaten aktualisiert. Okay, wir machen mal folgendes. Schon mal speichern. Besser ist das. Ja, okay. Walker ins Stufe 3. Alles klar. Wir können ja jetzt bauen. Also, Reaktor. Gleich mal. Explorer noch nicht. Bau abgeschlossen. So, die werden ja gleich kommen. Neue Bauoption. Ja, 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 ja. So, Buzzer Nest. Gleich schon mal... Verteidigung mit hochziehen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Komm schon. Bau abgeschlossen. Weiter, 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 weiter. Es muss schneller gehen, Leute. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zack. Wachstumsbeschleuniger. Portal. Zu wenig Energie. Neue Bauoptionen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, wir brauchen Buzzer. Wird ausgebildet. Die können wir nämlich in die Fahrzeuge packen. Bau abgeschlossen. Ja, mehr Strom. Bau abgeschlossen. Warpssphäre. Wachstumsbeschleuniger. Ähm, Photonenkanone. Die werden gleich kommen. Ich kenne sie doch, diese Säcke. So, mach hin, komm. Bau abgeschlossen. Damit gleich unsere Fahrzeuge repariert werden. Neue Bauoptionen. Okay, noch einen zweiten Sammler. Unten mehr Walker. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, natürlich. Wieder kein Strom. Wird gebaut. Gebäude offline. So, alles klar. Da, da gehen sie schon dran. Bau abgeschlossen. Säcke. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Gebäude online. Okay, alles, was ist, vorne. Ran, 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 ran. Rückzug. Wenn er mal zurückgehen würde, der Hampelmann. Einheit wird angegriffen. Okay, Mann, 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 Mann. Okay, erstmal zurück. So, ähm. Okay, die können mit den Dings, mit den Buzzern zusammengesetzt werden. Okay, ähm, zack. 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 Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit befordert. Na, ran hier. Mann, gehen die mir auf den Puffer. Bisschen Rückzug. Bisschen Rückzug. Alles, Mann, zurück. Ich sagte, alle, Mann, zurück. Und was macht er? Bleibt stehen. Ich werde irre. Unglaublich, unglaublich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na, macht mal, macht mal, macht mal. Verteidig durch. Er hat noch kein Buzzard. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Einheit wird angegriffen. Ja, 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 macht so. Rückzug. Reparatur. Okay, wir haben uns erst mal abgewehrt. Höchst zurück, 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 zurück. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mach, 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 mach. Die Walker müssen es richten. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ja, das Problem ist, die werden uns hier echt langsam ein bisschen unangenehm. Warum werden die nicht repariert? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Warum werden die nicht repariert hier? Normalerweise müssten die noch reparieren können. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Rückzug. Oh, Junge. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Wir pushen gleich unsere Leute ein bisschen. Okay, danke, Olli. Die gehen mir hier echt auf den Puffer. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Mann, 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 ey. Ziel wählen. Oh, Gottes Willen. Was macht der denn hier? Warum repariert der denn nicht? Der macht es nicht automatisch. Der macht ihn nicht automatisch. Einheit wird angegriffen. Okay, geht mal nach vorne. Der repariert ihn nicht automatisch. Okay, komm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, 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 ja. Unglaublich. Walker an die Front. Kriege ich dich auch mal? Danke. Einheit wird angegriffen. Oh, macht kaputt jetzt hier. Jetzt reicht es aber hin, ja? Okay, wir haben ein bisschen Geld. Was ist das hier? Nervenzentrum. Schwarm, Blitzturm. Eins, zwei. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Okay, warte mal. Wird ausgebildet. Mehr Walker. Ziel wählen. Ran. Unzureichende Mittel. Ach, komm, hör auf zu spinnen. Einheit wird angegriffen. Mach doch mal die kaputt jetzt hier. Ey, die gehen mir aber auch auf den Puffer, ey. Ganz hart. Einheit befördert. Ganz hart gehen die mir auf den Puffer. Aber die schaffen die. Geht zurück. Ich brauche aber auch Buzzer. Wird ausgebildet. Damit ich die kombinieren kann. Und jetzt geht es. Okay, Jungs, ihr bleibt da. Da fehlen noch welche. Macht hinne. Kommen schon wieder die nächste Scheißer. Aber es sind nur kleine Einheiten. Das geht. Echt eine widerliche Mission schon wieder. Ja, äh, ganz. Ja, da unten kommen jetzt wieder die Typis. Oh, mehr Walker. Ja, komm. Rückzug. Ich will die nicht verlieren. Was ist mit dir denn hier los, ey? Rückzug. Rückzug. Ah, wie die umfallen, wie die fliegen teilweise. Scheiß Raketen-Typis. Rückzug. Rückzug. Oh, reparieren, komm. Reparieren, komm. Oh. Stückchen zurückziehen. Ich kann die nicht blocken momentan. Das ist echt übel. Machen wir die Gebäude kaputt. Damit ich bessere Schusslinien habe. Okay. Reparieren. Reparieren. Einheit wird angegriffen. Okay, zurück. Einheit verloren. ran. Ran. Mann, 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 Mann. Ja, ei, 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 ei. Bisschen zurück. Scheiße. Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Boah, ey, dann fällt er um, ey. Unglaublich. Mann, 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 sind sie übel, ey. Okay. Komm, mach die weg jetzt hier. Mach den kaputt. Mach, greif den nochmal an, ey. Ja, 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 ja. Also, die sind echt übel. Echt widerlich. Alter, feilt er, ey. Mann, 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 Mann. Musst du ihn hier wegkriegen? Da ist noch ein Feld. Braucht noch mal ein bisschen schneller. Ich brauche hier noch mal ein bisschen was anderes. Ich brauche noch mal hier so ein Photonkanone. Nervenzentrum wäre auch geil. Unseren Flugdings kann ich nicht bauen. Nee, da brauche ich den hier. Braucht Nervenzentrum. Okay, der ist fertig. Ja, natürlich. Mir hätte es auch anders sein können. Boah. Rückzug. Ihr müsst den beschäftigen. Ihr müsst den beschäftigen. Und ihr knallt diese Typen hier weg. Boah, die sind echt übel. Nebt ja immer noch. Alter, ist das widerlich, ey. Okay, Reparatur. Ähm, ich brauche das. Abbruch. Den. Stopp. Stopp. Geh. Geh, 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 geh. Alter, vier lächerliche Einheiten. Da kommt er schon wieder. Der kommt schon wieder. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Dann sollte meine in Reichweite der Dings... ...wär es möglich. Mach doch mal, ey. Mann, mit der seiner kleinen scheiß Infanterie hier. Der bleibt hier einfach mitten stehen, der Amel. Mach die Raketenküdie weg. Rückzug. Okay, alle Mann, rückzug. Skrinnen ran. Zurück, 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 zurück. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, lass da rankommen. Die werden wenigstens geheilt. Sollte man meinen. Meine Fresse, ist das übel. Reparatur. Komm, die nächste schon wieder. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Wo leben denn diese Raketentypis? Rückzug. Der lässt den nicht vorbei. Es ist total geil, ey. Die Walker sind echt strunzendoof. Alter, vier Einheiten. Dann kommt der nächste Scheißer von da oben. Ich werde über. Versuchen wir uns auf der Seite. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mach bloß die Typis hier kaputt. Wo ist kommen? Konzentration. Einheit wird angegriffen. Okay, sehr gut. Walker ist wieder fit. Du bist auch fit. Haltet mir die vom Leib, ey. Irgendwie. Oh, Rückzug. Einheit befördert. Sehr gut. Apparatur. Äh. Apparatur. Äh. Schon wieder. Äh. Masse weg. Die Typen sind wichtig. Röpzug. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Man macht jetzt mal was. Mann, 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 Mann. Mit drei von diesen Walkern gegen den Rest der Amten der Welt hier. Du kommst nicht richtig raus. Das ist der Hammer, ey. Auch mehr. Guck mal, was da auf uns zukommt. Die hier sind übel. Diese scheiß Arketentypies. Wenn ich die Zusatzziele machen könnte, wäre ja ganz geil. ein Stückchen zurück. Okay, du zurück. Du sammeln. Zweiter Sammler ist unterwegs. Sehr gut. Wird ausgebildet. Wird ausgebildet. Lass laufen. Äh. Jetzt kommen wieder ein bisschen Kohle ran. Okay. Oh, ey. Permanent unter Angriff, ey. Permanent unter Druck. Ja, natürlich. Einheit verloren. Was? Mach den kaputt, hier. Walker. Mann, 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 Mann. Sind die ekelhafte Typen. Okay. Der Walker zurück. Einheit wird angegriffen. Hier so ein Scheißer. Alter, Falter, ey. Du wirst echt irre bei sowas. Der braucht noch. Der braucht noch. Voran hier. Einheit wird angegriffen. Okay, Jungs. Ihr nach da. So, du wirst da drauf. Bisschen blocken, jetzt. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Reparier das. Vier Walker, ey. Vier Walker halten uns am Leben. Unglaublich. Okay, mach das weg, hier. Wir machen uns mal ein bisschen Platz machen. Schwager. Echt Kohle? Das ist gar nicht mal so verkehrt. Der hier. Buzzer. So, jetzt mal langsam gucken hier. Was haben wir denn hier? Das Nervenzentrum bauen wir jetzt mal. Damit wir endlich Flugeinheiten haben. Bau abgeschlossen. So, Energie ist gut. Einheit befördert. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Sehr gut. Damit kriegen wir sie. Ähm, Wachstumsbeschleuniger wäre auch wichtig. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Gut, damit kriegen wir sie. So. Neue Bauoptionen. Sehr gut. So, Flugzeuge. Wird ausgebildet. Sturmreiter. Sehr gut. Bau abgeschlossen. Photonen. Mach das mal. Jetzt brauche ich noch mal ein paar von denen hier. Die von den Suchern. Damit wir die hier ein bisschen besser in den Griff kriegen. Die Walker dürfen nicht kaputt gehen. Ganz wichtig. Unzureichende Mittel. Äh, der ist noch nicht aufgerüstet. Der ist aufgerüstet. Die Walker halten es echt auf. Unglaublich. So. Noch ein paar Buzzer. Walker machen es. Die sind angegriffen. Unglaublich. Stark. Wirklich stark. Die sind alle aufgerüstet. Aufgerüstet. Okay. Die sind noch nicht aufgerüstet. Dafür brauchen wir noch die Buzzer. Was kriegen wir hin? Flugzeuge kommen auch. Okay. Das ist das. Das ist das. Das ist schlecht. Ich muss was sehen hier. Ich sehe nämlich nix. Okay. Rückzug. Einheit befordert. Einheit wird angegriffen. Ein bisschen zurück. Hier kommt, Leute. Naste kommen. Von mir aus. Okay. Nein, Walker haben wir gerettet. Hier bleiben meine Buzzer. Der ist angeschlagen. Der geht zurück. Zurückzug. Rückzug. 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 Lass da rankommen. Es spielt keine Rolle. Walker. Zurück. Mach es. Mach den kaputt jetzt hier. Mann, geh die mir auf den Puffer. Mach das mal hier ein bisschen weg. Ich brauche Platz. Dann werden wir uns jetzt mal hier eine vorgeschobene Basis hinbauen. Kommen sie nämlich schon wieder. Ja. Einheit wird angegriffen. Ja, kommt mal. Macht mal ein bisschen. Reparatur. Äh, Walker voll abgegradet sind schon echt ne Macht. Aber das ist ein bisschen zu heftig jetzt. Zurückzug. Einheit wird angegriffen. Mehr Buzzer. Wird ausgebildet. Junge, kommt zurück hier. Wieder einer, der nicht richtig zurückläuft. Das ist unglaublich. Ja, macht den kaputt. Ausgezeichnet. Das klappt super. Einheit wird angegriffen. So, wie sieht es aus mit dem Buzzer an? Okay, komm. Den noch. Sehr gut. Okay, der hat da vorne auch ein bisschen Probleme. Jetzt kommt er wieder von der Rückseite. Macht nix. Meine Jungs sind mittlerweile stark genug. Einheit wird angegriffen. Ja, kommt mal zurück. Ihr habt nur den Job, den zu verteidigen hier. So, okay. 5000 auf der hohen Kante. Das ist gut. Da können wir nämlich was basteln. Und zwar hier diesen Explorer. Hätte ich gerne. Und noch einen zweiten Stabilisator. Reparatur. Einheit verloren. Diese Typis hier. Die haben ja echt tierisch offene Nüsse. Einheit wird angegriffen. Ja, komm. Fahr mal zurück. Noch so ein Gravi. Schieß mich tot. Nur ein bisschen aufpassen. Wird ausgebildet. Stromtechnisch. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Macht kaputt. Da oben. Oha, Elite. Okay, komm mal ein bisschen zurück. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Okay, komm mal ein bisschen zurück. Einheit befördert. So, okay. Wo ist mein Explorer? Unzureichende Mittel. Ja, ja, ja. Wird gebaut. Wo ist mein Explorer? Wo ist mein Explorer? Hier ist er. Einheit wird angegriffen. Ah, diese scheiß Typis. Immer dasselbe mit denen. Abgeschlossen. Einheit verloren. Aufbauen. Einheit wird angegriffen. Okay, zieht euch mal ein bisschen zurück. Wird gebaut. Wie geht's denn hier aus mit denen hier? Unzureichende Mittel. Kriegt mal ein Angriff. Bau abgeschlossen. Zieht euch mal zurück. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, natürlich. Aber mir reicht's jetzt. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Mir reicht's jetzt endgültig. Wird gebaut. Ziel wählen. Weg, 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 weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mann, 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 Mann. Ich seh hier leider auch nicht alles. Den kaputt machen. Jetzt macht das Teil hier kaputt. Ich, ich muss hier was sehen. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Endlich seh ich mal was. Meine Fresse. Okay, der ist wieder heile. Bau abgeschlossen. Strom ist da. Verteidigung weiter aufbauen. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Einheit wird angegriffen. Mann, Mann, Mann. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, natürlich. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Unser Scheiß-Typies gehen mir so brutal auf den Sack, ey. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich mach den kaputt jetzt. Okay, ran. Los, mach den weg jetzt. Damit wir freie Sichtlinie haben. Etwas zurück. Wir sind wie kleine, ähm... Na, sag schon. Wie kleine, ähm... Sniper. Wird ausgebildet. Einheit wird angegriffen. Wirklich stark. Muss man ehrlich sagen. So, ihr drei. Mach das, komm weg. Ja, damit hat er keine Chance. Die Typen sind schlimm wie mit den Raketen. Aber wenn man gezielt drauf geht, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ja, komm. Ja, cool ist jetzt gerade das Problem. Ähm... Acht. Neun. Neun. So, okay. Neun greift an. Und die acht greift auch an. Unglaublich, dass die Walker das alleine packen. Okay. Acht. Ran. Neun. Ran. Einheit wird angegriffen. Tiberiumfeld abgebaut. Ja, ich weiß, dass es abgebaut ist. Bleib locker. Ihr bleibt da, als... Einheit verloren. Acht. Neun. Einheit wird angegriffen. Okay, alles klar. Wir müssen acht, neun ran. 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 Ja, ja, ja. Ich sehe schon, das Problem. Okay, alles klar. Okay, die zwei... Löschen sie die... Zerstören sie... Zerstören sie. Alles klar. Okay. Stell dich mal da hin. Dann haben wir natürlich wieder alle unsere Flugzeuge verloren. Aber das kriegen wir in den Griff. Dann machen wir noch ein paar Walker. Einheit wird angegriffen. Die haben sich nämlich als... Sehr gut herausgestellt. Und Buzzer. Ja, Walker packen's. Versuchen wir mal, den Buckingham Palace da wegzupusten. Es gibt nämlich Kohle. Unzureichende Mittel. Ja, Alter, die sind hart. Er steht hier fein rum, ey. Macht gar nichts hier, ey. Das ist auch geil. Unglaublich. Rückzug. Wegmachen. Weg damit. Weg damit. Ne, ein bisschen zurückziehen. Mann, wie die da rumstehen. Unzureichende Mittel. Unglaublich. Ja, ich weiß, kohletechnisch ist das ein bisschen problematisch gerade, aber das kriegen wir hin. So, nächste Generation von Walkern. Okay, Jungs. Ready. 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 Ready, alles klar. Die machen das hier ohne Probleme. Das ist gut. Du gehst bitte mal weppen. Und ihr geht mit dorthin. So. Wir wollen uns den Buckingham Palace holen. Eigentlich. Haben auch davor alles ausgerottet. Das ist gut. Unzureichende Mittel. Wieder repariert. Das ist auch gut. Geh auf den drauf. Einheit wird angegriffen. Okay, komm, komm, geh mal zurück. Hilf mal ein bisschen mit. Kannst du ein bisschen leveln. So, ich brauche unbedingt jetzt noch mehr Einheiten. Ich brauche unbedingt jetzt noch mehr Einheiten. Oh, zack. Ich muss das zweite Lager holen. Unbedingt. Mann, Mann, Mann. Nehmen wir jetzt wieder Kohle, ne? Du wartest jetzt mal ganz kurz und holen mal keine Kohle. Ziel wählen. Oh, die halten das alles. Die drei hier machen alles alleine. Gibt nur Unterstützer hier. Ah, der ist wieder nicht ganz fit. Zurück. Ach, komm. Einheit wird angegriffen. Nee, die haben keine Buzzer. Komm zurück. Auch noch mehr Buzzer. Wird ausgebildet. Unzureichende Mittel. Ja, 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 ja. Einheit wird angegriffen. Oh, ihr haltet das ja gut auf, ne? Komm, das ist kein Problem für euch hier. Das macht er ganz gut. Woran? Okay, Jungs. Zack. Da oben mit hin. Einheit wird angegriffen. Er hat wieder eine Identitätsquise, wie ich das nenne hier. So, Marsch, Marsch. Alter, 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 sind die, sind die nervig, ey. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir werden jetzt hier hingehen. Außer der. Einheit wird angegriffen. Ja, ja, ich weiß. Die blocken das da oben und blocken das. Einheit befördert. Und die machen das hier kaputt. Und dann gibt es nämlich, wenn wir das hier wegmachen, dann gibt es Kohle. Da braucht kein Buzzer mehr. Unglaublich. Jungs, 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 ihr braucht die, ihr braucht dringend die Buzzer. Keine Buzzer mehr. Na, 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 na. Jungs, macht mal was. Ziel wählen. Erstes kaputt machen hier. Das dauert ja ewig. Ja, der ist wieder heiler. Flugzeuge. Okay, du hier hast kein Problem mit. Du packst sie locker. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Du musst mal rappen. Einheit befördert. Unzureichende Mittel. Na, Jungs, ihr vier müsst euch hier drin kümmern. So, ich warte auf meine Flugzeuge. Kann ich weiter rausruhen? Warte auf meine Flugzeuge. So, ich warte auf meine Flugzeuge. So, ihr seid Elite. Sehr gut. Unglaublich, wie schnell die die wegruppen. Okay, rückzug. Hälft mal mit. Mach den weg hier. Okay, okay, okay. Zurück. Ähm, ich brauche nochmal einen Explorer. Wird ausgebildet. Einheit wird angegriffen. Mach weg, 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 komm, 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 ein bisschen viel gerade. Einheit befördert. Zurück, 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 zurück. Ey, der ist stark angeschlagen. Der ist gehittet. Ja, hol Geld ran. Oh, das ist mir nicht so schlecht zu fassen, Fick. Shit. Ich nehme hier auf den Puffer jetzt gerade. Mann, wir hatten ja noch hier, ne, mehr als Viertel. Ja, komm, wir müssen ein bisschen zurückziehen. Ich schieße mir zu weit. Einheit wird angegriffen. Können wir uns besser verteidigen. Mach die weg. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Oha, kann ich die Brücke zerstören? Das wäre ja geil. Yes. Geil, ich kann die Brücke zerstören. Ein Problem weniger. Mwahaha, geil. Jetzt kommen sie natürlich von oben. Das werden wir gleich mal unterbinden. Wir machen da oben auch dicht. Einheit wird angegriffen. Dass wir nur noch von unten kommen können. Ist ja geil, dass man die Brücken kaputt machen kann. Einheit befördert. Guckt das mal an. Was schön, wenn die wegkropen können. Okay. Okay, und zurück, zurück. Warte mal, zurück. Und. Oh, er ist. Und zurück. So. Ziel wählen. Jetzt. Wir müssen so unten lang. Bonus-Ziel erreicht. Sehr gut. Das gab Kohle. Das gab Asche. Gut. Damit haben wir das Problem noch einmal schon mal gelöst. Wo ist mein Freund hier? Hier ist ja der Explorer. Dann holen wir uns jetzt hier nämlich die nächste Aktion. Bauen wir da hin. So kann man es nämlich auch wunderbar machen. Einfach die Brücken kaputt machen. Was? Ach, der, guck mal, der repariert die Brücken wieder. Wie krass ist das denn? Die KI repariert die Brücken wieder. Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist heftig. Dann machen wir sie halt nochmal kaputt. Unglaublich. Oh, Ratte. Oh, Ratte. Dürfen wir da jetzt. Einheit befördert. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Nochmal ein Explorer. Wird ausgebildet. So, jetzt reicht es mir echt hin hier. Wird ausgebildet. Und gleich nochmal ein Extractor. Bauarbeiten laufen. Hier, die Jungs. Hier, Jungs. Blockt. Die machen es echt wieder heile. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Jetzt kommen wir von da. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. Komm zurück. Los. Ihr bleibt da. Unglaublich, oder? Unglaublich. So, Buzzer, 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 Buzzer. Einheit wird angegriffen. Ja, ist klar, dass ihr da oben angegriffen werdet. Andauernd. Geh mal zurück. Du schützt das. Hier unten müsste das auch klar sein. Einheit befördert. Sehr schön. Haben wir einen neuen Explorer? Ja, haben wir auch. Einheit wird angegriffen. Okay. Ihr schafft das, ne? Ihr müsstet das eigentlich packen. Ja, hier. Ihr schützt das. Mach mal das Gebäude weg. Einheit wird angegriffen. Ja, kommt jetzt mal, Leute. Macht mal ein bisschen hin hier. Bauen wir auf hier. Einheit befördert. Unten ist gut. Ich komme da klar. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Zack. Zack. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Rückzug. Okay. Okay, jetzt können wir hier oben. Jetzt können wir hier oben. Noch einen Extraktor bauen. Dann bauen wir hier noch ein... Wird gebaut. Warpdingsbums da. Und jetzt gleich mal ein paar Buzernester. Oh, da sammelt er sich aber. Einheit wird angegriffen. Ein bisschen angeschlagen. Bau abgeschlossen. Marsch, marsch. Oh, du nicht. Du ja. Du nicht. Einheit wird angegriffen. Okay. Buzernest. Wenn möglich. Buzzers. Wird ausgebildet. Ihr bleibt da. Ihr blockt. Ihr blockt. Vielleicht kommt er auch über die Mitte. Weiß ich noch nicht. Ich brauche erst mal Strom. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Das war klar. Gebäude offline. Wird gebaut. Macht nix. Ich brauche noch mal kurz den Strom. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Zack. 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 Bau abgeschlossen. Sehr gut. Gebäude online. Gut. Ähm. Einheit wird angegriffen. Buzernest. Dann bauen wir uns da, wie gesagt, zu. Und dann geht's hier unten weiter. Einheit verloren. Okay. Macht mal das geschlossene Gebäude hier weg. Damit wir hier freie Schussbahn haben. Und so schnell geht das. Sehr gut. Wird gebaut. So. Hier werden wir uns jetzt auch sichern. Einheit wird angegriffen. Ja, die kommen noch nicht in Reichweite. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Bauarbeiten laufen. Nicht in Reichweite. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Auch nochmal Strom. Was ist hier unten los? Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ah, sehr gut. Macht mal kaputt. Zieht euch mal zurück ein bisschen. Dann lasst uns mal ruhig ein bisschen rankommen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nicht so problematisch. Wird gebaut. So, zack. Ähm. Bau abgeschlossen. Hm. Dumm, 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 dumm. Ich hätte gern hier oben noch ein Portal. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und auf Reparatur. Reparatur läuft. Einheit verloren. So, okay. Du baust mir da oben einen Buzzer. Und du baust mir Walker. Die Walker sind anscheinend die beste Wahl. Einheit wird angegriffen. Dann noch ein Buzzer-Nest. Noch ein Tor-Posten. Ach Gottchen. Guck mal, die werden frech. Einheit befördert. Jetzt kommen sie über die Mitte. Unglaublich. Einheit wird angegriffen. Interessant. Hiermit kommen wir klar. Gut. Poletechnisch ist das Problem. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah ja. Reparatur läuft. Einheit verloren. Die Walker haben eine größere Reichweite. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gehen wir langsam auf den Puffer. So, jetzt reicht's, man. Hi, Andreas. Ja, mir geht's super. Bei mir ist alles perfekt zurzeit. Alles super. Die Mission läuft auch sehr gut. Kann nicht gerade klagen. Das ist die erste Scream-Mission. Einheit wird angegriffen. Aber zurzeit alles super. Ah, die haben mir einen Walker kaputt gemacht. Schweinebacken. Einheit befördert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja, ja. Ist ja klar. Ihr werdet angegriffen. Ist in Ordnung. Wir füllen ja schon auf. So, baut mir hier mal Walker und was weiß ich was. Einheit wird angegriffen. Wird ausgebildet. Und ein paar Sammler noch. So. So, Jungs. Ihr geht jetzt nach oben. Jetzt machen wir die da kalt. Ihr haltet hier die Stellung. Das ist gut. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht's auch fein. Ähm. So. Einheit wird angegriffen. Ja, ja. Ich weiß. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mach mal. Gehen wir damit hin. Einheit verloren. So, komm. Hier deckt das. Die kommen jetzt momentan durch die Mitte so ein bisschen. Hier wird's ein bisschen dünn gerade. Ähm. Einheit wird angegriffen. Sturmreiter. Macht mal. Schützt mal ein bisschen mit. Äh. Hier. Mein Explorer. Wumms. Lasst euch das doch nicht gefallen hier. Unzureichende Mittel. Einheit befördert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Komm mal zurück. Ja. Mit dem hier mal kuscheln. Einheit verloren. Lass dir ruhig ein bisschen rankommen. Macht nix. Der hat mein Ding's abgeschossen. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Und ihr geht mal zurück. Einheit wird angegriffen. Wird ausgebildet. Das freut mich doch, äh, zu hören. Na, mach mal. Okay, geh mal hier hin. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ich weiß, dass ihr angegriffen werdet. Wird gebaut. Wird gebaut. Das weiß ich doch alles, Mann. Einheit befördert. Walker geht zurück. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Die müssen auch mal repariert werden, Leute. So, hier können wir gut... Zu wenig Energie. Ja, ich weiß. Oh, zack. Kein Problem. Der Walker ist ein Problem. Dann muss man zurück. Einheit wird angegriffen. Dann muss man repariert werden. Unterstützpunkt wird angegriffen. Hier. Bau abgeschlossen. Zurück. Abgeschlossen. Einheit verloren. Die gehen mir so ein bisschen... Reparatur läuft. Auf den Puffer. So, nochmal Strom. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Ja, das ist ja kein Problem. Das werden wir locker ab hier. Reparatur läuft. So, zack, zack. Bau abgeschlossen. Ah, ja, kommt. Wird gebaut. So, zack. Kein Problem. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ja, diese scheiß Raketen-Typies. Die gehen mir echt... Tiergeschoffen-Nüsse. Guck, zack. Guck. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja. Wird gebaut. Ich weiß. Wie geht's denn aus hier oben? Können wir hier auch mal was machen? Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Ja, macht die noch weg. Ja, damit fällt über kurz oder lang das zweite Bonus-Ziel. Das bringt uns wieder einen ordentlichen Schub. Einheit befördert. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Zack. Okay, die sind noch fit. Bau abgeschlossen. So. Die sind hier echt nervig. Diese kleine... Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, die fällt mir gerade mal ein. Wir könnten hier nochmal einen Wachstumsbeschleuniger bauen. Also, kein Problem hier. Bäm macht das hier. Sehr schön. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ohne, technisch sieht es gut aus. Und dann können wir da... Wenn wir das zweite Bonus-Ziel haben, dann marschieren wir hier ein. Kannst du mal annehmen. Einheit befördert. So, alle machen mal hier Reparatur, bitte. Bau abgeschlossen. Oh, hier bist du ziemlich angeschlagen. Was haben wir denn noch hier? Desintegatoren. Schäum nicht. Nehmen wir auch noch ein paar davon mit. Da noch welche mit. Sucher nehmen wir mit. Walker nehmen wir noch mal welche mit. Zack. Wird gebaut. So easy geht das. Also, wir haben da auf jeden Fall... Auf jeden Fall einer, äh... Bau abgeschlossen. Im Sack mittlerweile, sage ich mal. So, Jungs. Macht mal die Gebäude kaputt, damit wir hier besser was sehen. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, hier fliegen die Sachen nur durch die Gegend. Sehr gut. Kann man das bitte noch wegmachen? Perfekt. Sehr gut. So, was haben wir hier vorne? Eine Guardian-Kanone. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Ist ja immer noch nicht fertig hier. Warum gibt's noch mal Unterstützung? Wie sieht's hier aus? Der hat ja auch nichts weltbewegendes mehr. Können wir eigentlich rüberruppen dann? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. So, bauen wir mal ein paar ordentliche Sachen jetzt hier. Jetzt gehen wir mal auf Masse. Wird ausgebildet. Ordentlich Masse bauen. Bonus-Ziel erreicht. Sehr gut. Das müsste Kohle geben. Finanzmittel transferiert. Einheit wird angegriffen. Die Sache hier. Allermann zurück. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, der Walker ist ein bisschen angeschlagen. Wo sind denn die vier davon? Wo muss denn einer rumschwurren? Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Hm. So. Einheit verloren. Jetzt reicht's aber langsam hin hier. Ja, mal rüber hier. Attacke. Einheit wird angegriffen. Mach die ganzen Linger hier weg. Bisschen kurzen Prozess hier machen jetzt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ne, werdet das ja wohl hier halten, oder? Mann, 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 gehen die mir auf den Puffer. Mal hinterher. Überhaupt nicht. Rückzug. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier bleiben. Lass sie da machen. Hat nicht gereicht. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Okay, dann machen wir folgendes. Dann gehen wir jetzt mit denen hier rüber. Wir will jetzt hier kurz einen Prozess haben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, kommt mal zurück. Wir gehen nicht über die Mitte. Oder doch, wir gehen über die Mitte. Einheit wird angegriffen. Ja, ja, ja. Na, Jungs, macht mal. Macht sie weg. Den noch weg. Der hängt wieder hier fest in der Botanik. Den Panzer wegmachen. Die Guardian-Kanone wegmachen. Den Gedöns hier wegmachen. Einheit wird angegriffen. Ihr macht das hier weg. Die Guardian-Feld abgebaut. Ihr hinterher. Los, 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 los. Ihr bleibt hier, ihr schützt das. Einheit wird angegriffen. Ach, dieser Ratte, ey. Der ist ein Scheiß. Dass der immer gleich wieder nachbaut. Einheit verloren. Und was macht ihr jetzt hier für ein Scheiß? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit gefördert. Dann macht er jetzt mal kaputt. Hier, komm. Los, 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 los. Er darf nicht mehr bauen. Macht's kaputt. Mach's kaputt. Ach, der ist weg. Einheit wird angegriffen. Jetzt den Turm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja, ist mir jetzt egal. Jetzt das. Das ist ja unglaublich. Die haben's echt weggemacht. Einheit verloren. Hinterher. Einheit wird angegriffen. Na, komm. Mach den kaputt. Mann, Mann, Mann. Geht der noch auf den Puffer? Übel. Was der an, äh, Gegenwehr leistet, ist echt übel. Einheit wird angegriffen. Alter, guck mal, welch viel der baut hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit befördert. Meine Fresse. Einheit wird angegriffen. Mach den Panzer kaputt. Er geht mir auf den Puffer. Alter Falter. Wird er drei, äh, äh, Wachstum beschleunigen. Okay. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. So, okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Geh hin da. Unterbrochen. Alles klar. Wenn jetzt Geld reinkommt, dann müsste doch eigentlich... Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Lass das mal. Ich will das Bonus-Ziel jetzt mitnehmen, weil das liegt jetzt hier, äh... Bau abgeschlossen. Bonus-Ziel erreicht. Theoretisch alles auf der Hand. So, jetzt reicht's mir hin hier. Jetzt... Geheimdienstdaten aktualisiert. Genau, jetzt rücken wir an. Das geben wir in den Rest. Einheit wird angegriffen. Ja, ist doch egal jetzt. So, Marsch, Marsch. Und das alles quasi am Anfang nur mit den Walkern entledigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das ist der Hammer. Einheit verloren. No, alle Mann drauf hier. Mach die große Kanone weg. Die Kanone weg. Das ist noch weg. Das ist noch weg. Die ist noch weg. Einheit wird angegriffen. Und jetzt das Ding hier weg. Er braucht immer und immer wieder nach. Das ist unglaublich. Aber gut, was der kann, können wir auch. Ja, wir holen ja Nachschub. Ist ja kein Problem. Da kommt ja der Rest der Truppe. Einheit wird angegriffen. Einheit befordert. Ah, alle Mann drauf. Aha, keine Energie. Das müsste es aber gewesen sein. Quatsala. Alter, was für eine Qual. Geheimdienstdaten aktualisiert. Mission erfolgreich. Übel. Echt übel. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017